Multimedia E-Book Login Anleitung Gib im Browser die Adresse musikwissen-multimedia-ebook.ch ein und speichere diese Webseite bei deinen Lesezeichen. Verwende ausschließlich den Browser Google Chrome. Login Melde dich mit diesen Login-Daten an. Feld E-Mail-Adresse Deine Mail-Adresse Feldpasswort klein m, groß w, klein m, 6, 8, groß m, klein e, groß b, Fragezeichen, 8. Dieses Erstpasswort muss im nächsten Schritt geändert werden. Mit dem Button Anmelden kommst du auf die Seite, wo du dein eigenes Passwort festlegen kannst. Gib im ersten Feld das Erstpasswort ein. Lege im zweiten Feld dein eigenes Passwort fest und bestätige dieses im dritten Feld. Bewahre dein Passwort an einem sicheren Ort auf. Mit dem Button Passwort aktualisieren wird dein persönliches Passwort gespeichert und du kommst auf die Login-Seite, wo du dich mit deiner Mail-Adresse und deinem persönlichen Passwort anmelden kannst. Dashboard Nach der Anmeldung wirst du auf das Dashboard weitergeleitet. Du siehst alle Multimedia-E-Book-Dateien von Musikwissen Easy to Learn. Die für dich freigeschalteten Inhalte werden farbig dargestellt. In diesem Beispiel ist es Level 1. Mit dem ersten Button kannst du das Multimedia-E-Book öffnen. Zudem siehst du, wie lange du es verwenden kannst. Mit dem zweiten Button kannst du eine PDF-Version des Arbeitsbuches auf deinem Gerät speichern. Dieses PDF kannst du auch nach Ablauf der Verfügbarkeit verwenden. Der Zugriff auf die Multimedia-Inhalte ist jedoch nicht mehr möglich. Mit dem dritten Button kannst du ein PDF mit Worksheets auf deinem Gerät speichern. Mit diesen Aufgaben kannst du dein Wissen prüfen. Je nach Berechtigung ist der Zugriff auf die Lösungen für dich nicht möglich. Mit der Aktivierung des Multimedia-E-Book-Buttons wird das E-Book geöffnet. Multimedia-E-Book Mit Scrollen kannst du durch das Buch manövrieren. Die Aktivierung eines Eintrags im Inhaltsverzeichnis führt dich direkt auf diese Seite. Mit der Aktivierung eines Videostart-Symbols wird der Videoclip geöffnet. Starte den Videoclip mit dem Dreiecksymbol. Du kannst den Videoclip beliebig oft wiederholen. Der Button Zurück zum Arbeitsbuch führt dich zurück zur aktuellen Seite im Multimedia-E-Book. Bei mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones muss der Browser-Tab geschlossen werden. Mit der Aktivierung eines Audiostart-Symbols wird der Audioclip geöffnet. Starte den Audioclip mit dem Dreiecksymbol. Du kannst den Audioclip beliebig oft wiederholen. Der Button Zurück zum Arbeitsbuch führt dich zurück zur aktuellen Seite im Multimedia-E-Book. Bei mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones muss der Browser-Tab geschlossen werden. Troubleshooting Wenn E-Book-Seiten oder Multimedia-Inhalte nicht geöffnet werden können, dann gehe folgendermaßen vor. Browser Kontrolliere, ob du das Multimedia-E-Book mit Google Chrome geöffnet hast. Verwende ausschließlich diesen Browser. Beende Google Chrome und starte den Browser neu. Login Melde dich über das Icon oben rechts ab und melde dich neu an. Geräte Neustart Schalte das Gerät aus und starte es neu. Damit ist jedoch nicht das Versetzen in den Schlafmodus oder Aufwecken gemeint, sondern ein kompletter Neustart des Geräts. Verwende �abe Werb Rh spectag aplicap. Die Leib Auden